Willkommen zurück zu einer neuen Folge 4 in Hospital. Wir stehen gerade wieder vor dem Klapsen und Abteil und wir betreten das jetzt einfach mal so so den Schlüssel haben und da ist der nächste Schlüssel den wir brauchen ich hätt's wissen müssen du bist ganz schön kopflos so dann die Tür geht nicht auf ok den Schlüssel haben wir mal das haben wir jetzt einfach mal so ausgetrickst aber irgendwie ja wir haben den schlüssel aber kommen wieder nicht raus wir haben den schlüssel jetzt von hier aufgehoben aber irgendwie geht es immer noch nicht weiter im spiel da ist ein zettel drinnen da müssen wir rein wie kommen wir hier wieder aber ich habe mitbekommen dass dieses problem ich habe mir auf youtube videos angeguckt das problem haben viele das spiel ist seit ende 2019 draußen und wie soll ich sagen bis hierher sind viele gekommen aber nicht weiter finde ich ein bisschen schade weil ich würde gern wissen wie es weiter geht geht nicht kann man machen was man möchte so jetzt haben wir noch mal neu geladen so und jetzt geht wieder nichts weil der andere schlüssel noch da draußen liegt finde ich ein bisschen schade mit dem spiel weil ich wie gesagt es wird gern wissen wie es hier weiter geht hinter der tür aber es ist schade muss ich ehrlich sagen deswegen beende ich die folge hier und das war es auch besteht jetzt aus vier folgen und wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da lasst kommentare da wenn ihr weiter so die spiele sehen wollt dann schreibt es mir in die kommentare und wir sehen uns zum nächsten gameplay bis dann bleibt gespannt den ersten tag und bye bye gott